Phrasexpress kann Texte in beliebigen Anwendungen ersetzen. Hier sehen wir das am Beispiel WordPad. Einfach STRG-ALT-T betätigen, die gewünschte Zielsprache auswählen und der Text wird übersetzt. Das funktioniert natürlich auch mit anderen Sprachen. Phrasexpress bedient sich hier dem externen Übersetzungs-Service DeepL. Textbausteine lassen sich auch innerhalb von Phrasexpress übersetzen. Wählen Sie einfach die Zielsprache und der Textbaustein wird inklusive Beschreibung übersetzt. Das funktioniert auch für Textbaustein-Ordner inklusive aller Textbausteine darin. Somit lassen sich eine große Textbaustein-Anzahl in einem Rutsch übersetzen. Eine Textbaustein-Datenbank lässt sich in mehreren Sprachen verwalten. Wir zeigen das hier an einem Beispiel. Die erste Ebene ist Deutsch und wir fügen nun eine neue Ebene Französisch hinzu. Dies ist natürlich noch nicht übersetzt. Wenn wir zu dieser Ebene wechseln, sehen wir alle noch nicht übersetzten Elemente in roter Schrift. Mit einem Rechtsklick können wir nun die gesamte Ebene übersetzen. Oder natürlich auch Teile davon, wenn das gewünscht ist. Hier sehen wir den übersetzten Textbaustein. Wenn wir nun die Ebene wechseln, wird die gleiche Textbausteinstruktur in der anderen Sprache angezeigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017